Willkommen im Eberharz. Zeit zu genießen. Eberharz Hotel und Restaurant ist die besondere Adresse in Bietigheim-Bissingen. In idyllischer Lage direkt an der Enz. Ein Treffpunkt für Kenner und Genießer einer regional ausgerichteten Küche, ergänzt um mediterran angehauchte Gerichte. Restaurantgründer Eberhard Betzner hat sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. Gastronomie war für mich eine Faszination. Weil auch in meiner Familie, immer zurückgehend bis 1568, das waren alles Gastwirte und Bezgereien. Eberharz Hotel und Restaurant ist auch ein idealer Ausgangs- und Ruhepunkt für Aufenthalte in der Region. In unmittelbarer Nähe zur historischen Bietigheimer Altstadt, gleich beim Solebad mit Blick auf das berühmte Viadukt. Die Lage hier am Fluss, der exzellente Service, das ganze Ambiente, da muss man weit gehen, bis man das hier im Großraum Stuttgart nochmal findet. Das Feinschmecker-Restaurant Eberharz bietet ihnen stilvolle Räumlichkeiten und Bereiche. Das Restaurant und die Bartheke, eine Raucherlounge, die Terrasse direkt über der Enz und den schönen Garten. Und tut alles dafür, seine Gäste zu verwöhnen. Weil ich mich nun sehr gerne und sehr viel mit den Gästen unterhalte und weil sie sich einfach hier zu Hause fühlen. Das Eberharz ist an sieben Wochentagen die richtige Wahl. Zeit zu genießen. Willkommen im Eberharz. olg. nicht nur in Eberharz. Vielen Dank.